Hallo Leute, ich komme hier auf dem Veloz-Kanal zu einer weiteren Folge FIFA 21. Wir sind hier am Transfer-Deadline-Day. Heute werden wir dann auch gegen Genoa und Malmö die Spiele simulieren und heute selber reingehen im Top-Duell gegen den SSC Neapel. Aber erstmal sind wir hier noch an der Transferphase und schauen, was für Angrote wir hier reingekriegt haben. Nehmt Militao für 71 Millionen werde ich ablehnen und sie wollen Semedo gegen Zierch tauschen und Kleingeld, das werde ich höchstwahrscheinlich auch ablehnen. Nicht nur höchstwahrscheinlich, also Zierch, was ist denn der Wert? Karriere nicht gebrochen, 30 Jahre alt, wozu? Wird abgelehnt, bei Edam Militao brauchen wir glaube ich auch nicht lange verhandeln. 71 Millionen ist viel zu wenig, aber ich habe zwei neue Kandidaten für die Wunschliste. Das sind jetzt keine absoluten Top-Stürmer, aber Loschek hier mit 21 Jahren kann Stürmer spielen, den werde ich dann auch umfunktionieren. 1,87 groß, 86 Kilo schwer. Ist, denke ich, eine gute Alternative. Leider will Richer Lys noch nicht kommen, beziehungsweise Lyon verkauft ihn nicht. Haaland ist viel zu teuer, weil er auch nur per Ausstiegsclose zu haben ist und alles andere ist halt so ein bisschen over too much einfach so, was man sonst holen könnte. Sagen wir es mal so. Oder halt auch teilweise zu alt, wie Neymar jetzt als Beispiel. Westley ist hier die Alternative. Ich weiß nicht, wie stark er genau ist. Aber mal gucken, Loschek wird auch ziemlich teuer. Leihen werden wir natürlich nicht. Geht nicht. Aber wir werden versuchen, ihn zu kaufen. Ich denke, hier ist auch eine Investition von bis zu 70 Millionen durchaus noch sinnvoll, weil er eben erst 21 ist und wir relativ lange was von ihm haben werden. Dementsprechend hoffe ich, dass das durchgeht. Geht das nicht durch, hole ich mir halt Westley. Wir starten mal mit 50 Millionen, gehen hier relativ entspannt in die Verhandlungen. 84 Millionen, 10% weiter Verkaufsklausel. Also das ist ein bisschen sehr viel. 58,3 und sagen wir mal 5%. Versuchen wir mal da ein bisschen hier runter zu drücken. Wow, die wollen echt viel, ne? Gehen wir mal hoch auf 63 Millionen und wir geben ihm die 10% weiter Verkaufsklausel. Ey, die wollen 84 Millionen für Loschek. Das ist mir zu viel. Das ist mir einfach zu viel für den. 67,1. Geht doch. Geht doch, die haben hoch gepokert einfach nur. Die haben einfach nur hoch gepokert, aber nehmen am Ende tatsächlich die 67,1 Millionen an. Sehr, sehr schön. Wenn wir uns jetzt mit ihnen einigen können, was eigentlich kein Problem sein sollte. Dann haben wir unseren neuen Stürmer-Figanz vorne und dann passt das auch. Dann sind auch bei uns die Transfers eigentlich soweit schon erledigt. Rotation. Ja, soll er auf jeden Fall erstmal werden. Sollte passen. Wahrscheinlich kann er sogar schon eine größere Rolle übernehmen. Fünf Jahre passt auch. Ausstiegsklausel machen wir natürlich keine. Das passt. Beim Gehalt ist jetzt die Frage, was geben wir ihm? Geben wir erstmal bei 60.000. Steigen wir da mal ein. Tore machen wir nach 25.000. Soll er ruhig eine Million kriegen. Und dann passt das, denke ich auch. Okay, beim Bonus wollen sie ein bisschen handeln. Ich gebe euch 1,25 Millionen. Und soll er von mir aus 400.000 direkt kriegen. Dann passt das doch. Sehr schön. Loschek kommt damit jetzt auch. Und damit haben wir unseren neuen Stürmer. Wesley brauchen wir gar nicht mehr. Das ist doch sehr schön. Und ich gehe jetzt noch ein paar Stunden vor und gucke, was wir noch für Angebote reinkriegen. Also Leute, tatsächlich gab es keine Angebote mehr. Die Transferphase ist relativ entspannt zu Ende gegangen. Für uns. Wir haben ja jetzt Loschek noch geholt. Und das war es dann hier. Erstmal die Top-Transfers dieser Saison. Rebic ganz oben mit 163 Millionen. Und dann United hat gleich mal zwei Top-Spieler abgegeben. Mit Ndidi für 128 Millionen. Und Romagnoli, krank, was die eingenommen haben. Depay, Gomez, okay. Kohn, tatsächlich zu Chelsea. Saúl zu Aston Willough, für 80 Millionen. Was geht denn da ab? Jovic zu Tottenham. Kunja zu Inter. Gonsalves zu Hertha. Dann haben wir hier Loschek, der für 67,1 Millionen kam. Also einiges passiert hier durchaus. Ja, United hat auch ein bisschen was gekauft. Aber ich glaube, das war es schon fast schon mit den großen Dingern. Ja. Ansonsten nichts so ganz, ganz Großes. Bei uns ist natürlich echt auch einiges passiert. Aber auch vor allen Dingen so ein kleiner Umruf. Wir haben immer noch über 300 Millionen. Also theoretisch können wir immer noch viel machen. Aber das lasse ich mir für die nächste Saison aufsparen, wenn wir dann nämlich in der Champions League sind. Wir gehen nämlich kurz in die Teamzentrale. So ist nämlich jetzt hier die Übersicht. Wir haben zwei Keeper und einer davon ist nämlich noch ein verliehener Keeper. Hier haben wir Hernandez und Netz. So sieht der Kala bei untern aus. Pereira verliehen. Innenverteidigung haben wir Militao. Koulibaly, Romagnoli. Cumbula, Bonucci, Durata. Also auch mehr als genug. Plus Bastoni verliehen. Semedo, Calullo für rechts. Aston auch noch verliehen, der da weiter sich entwickeln wird. Kessi, Kamavinga, Breke verliehen, Bianchi, Simmons, Haug verliehen, Maldini, Pellegrini, Tavares, Sagnolo, Loschek, der aber zum Stürmer umfunktioniert wird und die Nummer 9 hat. Keane, Dahl verliehen, Esposito, Thuram. Vor allen Dingen ist das Ganze halt auch relativ jung. So ein junges, ja so ein junger Kern, wie ihr seht. Also super viele Spieler unter 25. Ihr seht es ja auch hier. Richtig viele junge Spieler. Das heißt, obwohl wir in der vierten Saison sind, gar nicht so Star-dominiert, sondern halt viel junges und nur drei Spieler über 30. Mit Koulibaly, Stammspieler und die anderen beiden sind sogar nur Backups. So richtig wichtig sind eigentlich nur Romagnoli und Semedo, die halt schon über 27 sind. Und ansonsten, ja, das ist wirklich ein Kader, mit dem kann man arbeiten. Und im nächsten Jahr sollten wir in die Champions League kommen. Ganz, ganz wichtig. Sollten wir in die Champions League kommen, dann werde ich mir einen richtig, richtig fetten Königstransfer leisten. Dann ist mir auch egal, ob Haaland 300 Millionen kostet, dann hole ich den. Denn ich will noch was reißen mit Milan. Thema reißen, wir gehen jetzt hier auch rein, erstmal ins erste Simulationsspiel gegen Genua. Ich lasse jetzt mal die Top-11 spielen. Wir gehen in die Schnellsimulation und gucken mal, was wir gegen die Mannschaft aus Genua spielen. 3-3 nur. Also, Chavalin oder Chavalerin von Genua mit der Führung. Dann Sagnolo und Esposito mit dem Treffern. Okay, dann Andersen. Sagnolo mit dem Doppelpack, aber am Ende der 79. Minute konnten sie ausgleichen. Bisschen bitter. Nur ein 3-3 ist natürlich nicht wirklich, wenn man ganz ehrlich ist, zufriedenstellend. Aber nun gut, das nächste Duell ist jetzt hier gleich in der Euroleague gegen Malmö war es, glaube ich. Genau, gegen Malmö. Und danach spielen wir das Duell gegen Napoli. So, jetzt sind wir hier gegen Malmö im Duell. Die spielen im 4-4-1-1-System. Wir haben in unserem 3-4-1-2-System und ihr seht da ein paar Namen. Maldini darf mal spielen. Nuka Nets, Simons, Bonucci, Kombula. Also, ein bisschen durchrotiert. Donnarumma lasse ich noch spielen. Sollten wir aber die ersten 2-3 Spiele in der Euroleague gewinnen, darf auch mal Navas ran. Aber wir gehen jetzt hier erstmal in die Simulation rein. Guckt mal, was da bei rauskommt. Trotz der Rotation sollten wir eigentlich erfolgreich sein gegen Malmö. 4-1, das ist natürlich super. Also, Tyrann mit dem Treffer. Simons macht einen Treffer. Dann Berge verschießt den Elfmeter, okay. Simons sogar mit einem Doppelpack. Nice. Okay, zwei Tore von Simons. Saar und dann nochmal Bonucci. Also, ein ganz entspannter 4-1-Sieg hier gegen Malmö. Das nächste Duell ist jetzt tatsächlich dann gleich gegen Napoli. Und das werde ich aber selber zocken. Ich werde das immer so machen. Zwei Spiele simulieren, das denke ich ganz nice. Und ein Spiel komplett selber zocken. Nehmen wir auch nochmal Nachrichten, aber wahrscheinlich nicht ganz so wichtiges. Nein, nur ein bisschen Spielergequatsche. Ich würde aber sagen, wir gehen rein ins Duell gegen Napoli. So, wir sind hier im San Paolo gegen Napoli. Die mit Mere im Tor hier starten im 4-3-3-System. Ihre Viererkette besteht aus Mendy, Rahmani, Coates und Bender. An einem Dreier-Mittelfeld mit Padilla, Fabian und Merino. Hört sich alles nach Spanien an. Also, komplett spanisches Mittelfeld anscheinend. Dann Insigne, Onasso und Ozymen. Ganz vorne dort ihre drei Offensivspieler. Napoli durchaus ein gutes Team, aber wenn ich mir das rein so von den Namen angucke, durchaus machbar. Ich denke nicht, dass wir da wirklich ein schlechteres Team haben. Ganz im Gegenteil. Eigentlich müssten wir sie schlagen. Wir haben auch echt ein gutes Team. Das Ziel in diesem Jahr ist, nicht Meister werden, sondern Champs-League-Platz. Die ganzen jungen Spieler auch entwickeln. Das muss man auch ganz klar sagen. Wir haben halt sehr, sehr viele Junge. Und ja, hier unsere Startaufstimmung mit Donnarumma im Tor. Dann Romagnoli, Koulibaly und Militao. Unsere Abwehrreihe, die ja eigentlich wirklich nominell richtig stark ist. Hernandez, Kamavinga, Kessi, Semedo, Billen und das Mittelfeld. Sagnolo offensiv und ganz vorne leider kein Ante Rebic mehr, aber dementsprechend Max, Thuram und Esposito. Horge. Horge Padilla hier am Ball. Romagnoli kommt da nicht gut in den Zweikampf. Jetzt hier Ozymen. Über links lief auch jemand mit. Die Wachung ist über die Zentrale, haben es auch richtig gut gespielt. Und der Ball ist tatsächlich drin. Haben hier die Abwehr des AC Meinlands ganz einfach ausgespielt. Und Ozymen, ja der Top-Stürmer des SSC Neapel trifft hier. Ein super Stürmer, den hätte ich mir auch mal angucken können. Der ist mir gar nicht in den Sinn gekommen, um ehrlich zu sein. Müsste sich doch aber inzwischen gut entwickelt haben. Vielleicht wie nächste Saison. Auf jeden Fall hier gut zusammengespielt, gut in die Lücke. Und Ozymen nutzt diesen Ball. Beziehungsweise diese Chance direkt hier, um zu treffen. In der 22. Minute macht er sein fünftes Saisontor schon. Also bei ihm läuft es auf jeden Fall wieder. Und wir laufen hier jetzt erstmal einen Rückstand hinterher. Merino. Fabian. Und Ozymen. Ozymen macht das gut. Werder jetzt auch wieder anspielbereit gewesen. Romagnoli aber starker Zweikampf hier vom Italiener. Nicolo Sagnolo. Thüram mit der Hacke auf Kessi. Thüram hat immer so eine schlechte erste Ballannahme. Das gibt es nicht. Ulibali stark. Schönes Passspiel jetzt hier von Milan. Kessi. Semedo müsste da mitlaufen. Macht es jetzt. Semedo. Und da sind jetzt zwei Anspielstationen, die man hoch anspielen kann. Da ist er es positiv. Aber Meri hält den Ball. Starke Parade von Meri. Vom Keeper von Napoli. Hat das gut gemacht. Napoli jetzt hier im Angriff. Ozymen. Der hat da ein bisschen Platz. Milan geht da nicht wirklich in die Zweikämpfe. Jetzt hier Kuli. Bali will da Merino aufnehmen. Der den Ball aber abgibt. Onas wieder mit Bender. Der hier aufgerückt ist. Lars Bender. Onas. Romagnoli einmal dazwischen. Trotzdem bleibt Onas da im Ballbesitz. Napoli macht einfach immer weiter Druck. Und der Schuss von Ozymen, den am Ende Donnarumma halten kann. Semedo kann ihn leider nicht mehr klären. Dementsprechend Eckball Napoli. Konter jetzt Napoli. Ozymen. Boah, das wird gefährlich. Donnarumma wollte erst rauskommen. Jetzt ist hier Tisiakov. Tisiakov. Schön gestört da. Koulibaly. Was macht denn der da? Das gibt es doch nicht. Koulibaly, Mann. 2-0 Napoli. Erst haben wir den eigenen Angriff komplett schlecht ausgespielt. Jetzt schenken wir ihm hier das Tor. Chikun Wese oder wie auch immer er heißt. Macht den Treffer rein. Boah, ja, so nicht. So nicht. So darf dir das nicht passieren. Samuel Chukueze. Schwieriger Name. Macht den auf jeden Fall rein. 2-0 Napoli. Eventuell die Entscheidung hier gewesen. Loschek mit Kien hier. Der Doppelpass. Und jetzt ist Loschek da schneller als sein Gegenspieler. Loschek kommt zum Abschluss. Macht ihn rein. Sehr schön. Der Tscheche hier in seinem... Ja, vielleicht nicht Debüt. Ich weiß jetzt nicht, ob er in der Simulation schon mal gezockt hat. Aber das erste Mal, dass ich mit ihm spiele und er trifft hier gleich mal. Sehr nice. Nach dem Doppelpass mit Mois Kien. Kommt er hier auswärts im San Paolo gegen Napoli zu seinem ersten Saisontreffer. Das ist doch auf jeden Fall mega nice. Adam Loschek. Ja, erstes Tor in der Serie A, schon erwähnt. Wir leben wieder, aber wir müssen natürlich jetzt offensiver spielen, um hier nochmal das 2-2 zu schaffen. Einwurf Napoli. Lars Bender. Spielt den da auf Merino. Tisiakow. Tisiakow auf Ossie Mann. Ossie Mann mit der Chance, mit der Hacke. Das war super gespielt. Das war super gespielt, muss man leider sagen. Auch wenn das leider zum Gegentreffer hier führt. Ossie Mann mit der Hacke hat er die Abwehr hier einfach ausgespielt. Und Tisiakow, der Ukrainer mit dem Treffer. Sehen wir das ganz normal. Ossie Mann hat da einen Mann, der zweite kommt auch. Und dann mit der Hacke spielt er unsere Abwehr auf und entscheidet hiermit wahrscheinlich die Partie. Viktor Ossie Mann auf Viktor Tisiakow. Und das 3-1 für den SSC Neapel. Loschek. Und das Spiel ist hier jetzt offiziell abgeführt. Wir verlieren 3-1 gegen Napoli. Wir schauen mal, wo wir jetzt momentan in der Tabelle stehen, nach dieser Niederlage. Und nach dieser Niederlage stehen wir tatsächlich auf Platz 18. Also schon wieder ein richtig, richtig, richtig bescheidener Saisonstart. 7 Gegentore, 4 Tore nur gemacht. Also das gibt es nicht, wie wir immer den Start verhauen. Spezia mit 10 Punkten ganz vorne. Benevento relativ stark interessant. Napoli mit 12 Punkten. Also perfekter Start für die Napoletaner. Ich hoffe, wir kriegen auf jeden Fall in dieser Saison ein bisschen schneller die Kurve. Dann können wir nämlich auch in die Champions League einziehen. Das kann nicht sein, dass wir irgendwo da rumdümpeln ganz unten. Aber nun gut, das werden wir dann in der nächsten Folge erfahren. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Euer Willow Stimmel hält sich auf jeden Fall ab. Und bye bye. Bis zum nächsten Mal.